Hello von der Pro Wein in Düsseldorf 2024. Let me introduce you to Lavabelle. Lavabelle ist ein wunderschöner Lavendel-Kräuter-Appetitif zum Mixen als Spritz und in diversen Cocktails. Ein wunderbarer Sour Gin Sour Negroni. Alles kann man mit Lavabelle machen. Schmeckt hervorragend und sieht wunderschön aus. Kommt vorbei zu uns zum Probieren. Wir freuen uns auf euch.